ok drüben haben wir eine kiste hier erstmal was gucken kommt man da irgendwie hin äh von hier aus glaube ich nicht oder kommt man hier irgendwo dahin ne da haben wir noch so eine Medaille, Marke Pipapo schieß mich tot, weiß das nicht was das sein soll so Nummer 2 ich glaube da finden wir später raus, was das ist ok nee ach da hoch ok gar nicht gesehen gar nicht gesehen kommt vor so warte mal da taucht doch wieder Vulgrim auf, ne oh ja hallo Vulgrim komm näher und sieh was Vulgrim zu bieten hat oh ja sei gegrüßt Reiter willkommen ich habe dich erwartet Wulgrim was lässt dich aus den Schatten herauskriechen ich möchte meinen wertvollsten Kunden nicht verlieren nicht anders was am Rand der Schatten lauert hier bin ich also und biete meine Waren an was weißt du was ich nicht weiß ich bin nicht freiwillig hier, Dämon ich bin nur der Spur der Vernichtung gefolgt deine Klingen sind so scharf wie immer und trotzdem kann ich dir helfen ich führe Dinge bei denen andere die Stirn runzeln würden na los riskiere einen Blick du wirst nicht enttäuscht sein bist du sicher? ich habe neue Waren ich habe neue Waren wenn du die Münze hast Neuvergabe Neuvergabe Korn in Kiste denn enthält eine zufällig ausgewegelte verzauberte Gegenstand teuer du wirst echt teuer du Sack äh ja was ok können wir alles verkaufen brauchen wir nämlich nicht äh das kann weg das kann weg hm nein die nicht ich schätze das geht in Ordnung bist du sicher? er erbtes Artefakt 25000 ok ein andermal Dämon bis dahin kannst du mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun im Buch der Toten vielen Seiten ich vermute dass viele sich entlang deines Weges finden wenn du sie mir bringst wird deine Belohnung beträchtlich sein ebenso wie meine Verdammung das Buch der Toten das Buch der Toten vervollständige das erste Kapitel ja machen wir noch ganz ruhig ok anlegen sehr schön ähm ich glaub wir können hier später irgendwie rüberspringen oder so jetzt halt noch nicht oder komm ich da hinten hoch was bringt mir das da hoch zu gehen ich glaub noch nix ich schau nochmal ganz kurz ich muss alleine gehen ja 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 da musst du halt alleine gehen aber hier nicht mehr ok da kommen wir nämlich hoch aber ich kann nicht gesehen gab es am Anfang äh ja erstmal weiter Münzen sammeln die wir ja halt auch brauchen hier komm ich noch nicht rein versperrt genau das was ich mir schon gedacht hab äh da kommen wir noch nicht hin nö genau was ich mir schon dachte da kommen wir noch nicht hin aber was bringt das denn da hoch zu gehen äh äh sure ok ich bin ein bisschen doof manchmal auch nur manchmal hm ja so bin dann mal runter darüber da wieder hoch dann darüber da nach oben darüber und Gegner hallo natürlich treffe ich ihn nicht ja und der visiert den an ist klar wow sterb wow sterb sterb tschüss aber getroffen hat mich das Misty trotzdem ist nicht so schön ich weiß gar nicht ob ich hier überhaupt schon hin soll können wir trotzdem machen das können wir trotzdem mal machen also die stufe ist nicht wirklich einfach das merkt man schon aber ich glaub kannst du nämlich nur runter stellen nein was stand da äh das ändern der einsteigen der schwierigkeitsgrad führt dazu dass sie auf Basis des geringsten Schwierigkeitsgrad den sie ausgewählt haben belohnt werden ja achso ok mach ich aber nicht zumindest jetzt nicht hallo ouch was fällt dir ein bist wie ey man 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 äh toll hier wollte ich aber nicht runterfallen ich wollte hier aber nicht runterfallen denn er hat mich einfach runterfallen lassen ok ne da komm ich so nicht rüber schade toll jetzt soll ich da wieder hochklettern tja denn schon denn schon ne oh man nein ich will das Pferd nicht rufen nein habe ich gesagt ok durch sowas manchmal manchmal passiert das halt das wollte ich nicht das wollte ich nicht du sitzt doch rüber Arsch ab nach oben mit dir da wieder rüber da wieder rüber da wieder durch so das hier ist noch zerschrotten da spielt jemand arg ok was haben wir denn noch in Rüstung bekommen das ist schon mal besser das auch ok passt so Kostbefehl zuweisen ähm machen wir so sehr schön das ist genau das was ich nämlich haben wollte ich weiß auch gar nicht wie ich da gerade reingekommen bin achso weil ich außerdem nach unten gedrückt habe heilen wollte ich mich nämlich ich habe mich gefreut wie das ging aber so wissen wir das jetzt auch wieder ok jetzt haben wir hier da musst du schnell sein ne war das nicht so ja ok ist das hallo wahrscheinlich was wir noch nicht nutzen können hm hm naja was ist hier ok hier kommen wir wieder zurück oder was auch immer da ist noch eine kiste erstmal gehe ich hier lang platsch ach ne hier komme ich gar nicht lang oder zeig mal ne achso das sind diese portale die ich da machen kann noch komme ich da nicht lang ok ähm hallo aha 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 ich brauche mehr zack ok ja sehr gut nein vergiss es schön in die ecke drängen bam bam wie ist es penner so wie komme ich da jetzt hoch da ja hey du sitzt da hoch gar nicht kommt da nicht ok äh warum kommst du da nicht hoch äh äh aber hoch rennen kann er hier ähm fuck schade das geht nicht warum nicht na toll ach da lang ok hab's gefunden vergiss er der schlüssel skelett schlüssel mit diesem verzierten schlüssel können im aktuellen bereich verschlossene türen geöffnet werden drücken sie hmhm um sich die karte an und zu sehen und nach verschlossenen türen im umfeld ausschaut zu halten wilsam öffne dich danke da bin wir hier hm ja ja da ist noch eine kiste hübs das wollte ich nicht ok danke danke so darum war sonst nichts mehr ne 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 dann können wir hier runter was waren das noch und schuhe hm ok ok grüße maschine die schranken geht unter magie geht hoch können wir eigentlich mal anziehen so dann hier raus was so haben wir das geöffnet dieser schlüssel ne der passt doch jetzt da rein ok wir sollten eigentlich erstmal die anderen Sachen machen aber ich kriege mir Kisten und alles Sachen die wir gebrauchen können Gegner Gegner oh wer bist du denn wer bist du denn hallo ok das geht auch nicht genug ok nicht genug zorn ouch ich brauche mehr zorn du brauchst mehr zorn das fehlt mich erledigt the fuck ok ok das ist nicht einfach hm schaffen wir aber das schaffen wir aber das schaffen wir aber ich muss halt auf mein Leben achten komm her hehehe nein ha ha ausweichen fuck nein raus aus der ecke komm na komm cover hehehe hoi 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 uau nein vergüss es nein Nein. Fuck. Warum? Warum? Ich habe ihn doch fast gehabt. Nur weil ich da reingesprungen bin. Ich habe ja zu Anfang gesagt, dass wir ein bisschen verhindern werden, indem wir sterben. Aber gut, dass du immer deine Sachen wieder hast. Na du Vieh. Oh Mann. Komm her. Beifuß. Autsch. What the fuck? Ich konnte nicht mal ausweichen. Ich konnte nicht mal ausweichen. Ah ja. Ich würde ihn erledigen. Ich habe den ja eben schon fast gehabt. Direx 4 E. Na komm. Nicht genug Zorn. Ja, nicht genug Zorn. Ich weiß. Komm. Nein. Wow. Ich brauche mehr Zorn. Lass mich in Ruhe. nicht genug Zorn. Ja, ich weiß. Nein, das wollte ich nicht. Weg da. Weg hier. Komm her. Ja komm. Ich brauche näher Zorn. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Weg da. Fuck. Wieso hat er mich gekriegt gerade? Oh Mann ey. Ich probiere das einmal noch. Und das ist echt schwer. Ja. Komm. Das ist kein Ort für ein Pferd. Ich wollte das Pferd nicht rufen. Autsch. What? Du. Warum springt er mal so scheiße falsch? Weil ich falsch drücke wahrscheinlich. Einmal noch. Oh. Jemini. Das Vieh ist nervig. Komm her. Ja. Wow. Na komm. What? Ich bin doch ausgewichen. Warum hat er mich denn gekriegt? Ich krieg grad ein zu viel. Wieso habe ich das denn vorher schon besser geschafft? Und jetzt? Hallo. Nein, lass das. Was? Ausweichen. Ja, genau das meine ich. Er trifft mich trotzdem. Du scheiß Drecksvieh ey. What? Warum? Warum ist das grad so scheiße? Mann. Ich probiere das jetzt echt einmal noch. Na lass ich das. Kann einfach nur die Kisten haben. Komm her. Ja. Nein. Ausweichen. Nein. Wow. Nein. Weich doch mal aus. Nein. Weg da. Wow. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich drehe gleich sonst voll am Rad. Warum? Warum trifft er mich jedes Mal? Ich habe keinen Bock mehr. Tschüss. Lass mich. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann.